Moin, meine herzallerliebsten Kommunen mal wieder oder Dörfer oder Städte oder irgendwas aus der Behörde, die der Meinung sind, für eine bestimmte Dienstleistung eine ganze Menge Geld zu nehmen. Ihr wisst gar nicht, was ich meine, ne? Ich zeig's euch mal. Pistolenblutdruck, ey! Richtig, wenn zum Beispiel zwei Elternteile berufstätig sind, ja? Und denn für einen Kitaplatz, wie ihr kennt, 900 Euro im Monat zahlen oder sowas? Sag mal, seid ihr von allen guten Geistern oder sowas verlassen worden? Ihr spinnt doch, ihr Lappen! Meine Fresse nochmal, die gehen arbeiten, die sehen zu, dass Steuergelder reinkommen und ihr legt den so in die Tasche da, nur damit das Kind bisher betreut wird. Könnt ihr das nicht unterstützen, oder was? Solche Schlaglöcher, dafür ist auch kein Geld da. Für nix ist Geld da. Aber das Geld zum Fenster auswerfen. Meine Fresse nochmal! Echt, ihr habt auch alle nur singen und klatschen und tanzen in der Schule gehabt, ne? Oder spielt den ganzen Tag in eurer Behörde deinem Bellenbad, oder wie? Kann ja wohl nicht wahr sein! Seht zu, dass ihr die Kita-Gebühren senkt! Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit! In anderen EU-Ländern, da kostet das gar nix! Weil der Staat dankbar ist, dass die Leute arbeiten gehen! Und da sogar Geld reinholen! Ehrlich! Und ihr greift den armen Leuten in die Tasche, die sowieso nix haben! Ihr spinnt doch, ihr Lappen! Dann kriegst du auch einen Blutdruck, doch! Seht zu, dass ihr die Gebühren senkt! Sonst kriegt ihr wirklich mal ne Ansage! Dann komm ich mal zu euch in die Behörde! Dann unterhalten wir uns mal da drüber! Meine Fresse, doch! Hätt doch keine Sau im Kopf mehr aus, doch! mutusik ... ... ... ... Vielen Dank.